Hallo und herzlich Willkommen! In wenigen Sekunden werde ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, die telefonische Erreichbarkeit Ihrer Firma zu verbessern, damit Ihr Unternehmen mehr Kunden und mehr Umsatz generiert. CallOffice wurde entwickelt, um Unternehmen jeden Tag eine wertvolle Hilfe zu sein. CallOffice ist die einfachste Lösung, für kleine und mittelständische Unternehmen auf Anrufbeantworter zu verzichten und Anrufer persönlich mit eigenem Firmennamen zu begrüßen. Nie wieder verpasste Anrufe, nie wieder verpasste Kunden. CallOffice nimmt Anrufe in Ihrem persönlichen Firmennamen entgegen, zuverlässig und professionell, immer dann, wenn Sie gerade im Meeting oder im Urlaub sind oder einfach mal in Ruhe arbeiten wollen. Vorbei die Zeit von störenden Handys im Kundenkontakt. Sie müssen niemals mehr ein Gespräch mit einem Kunden unterbrechen, um das Telefonat entgegenzunehmen. 7868, okay. Dann geben Sie mir gerade noch mal Ihre Adresse durch. Durch CallOffice sind Sie immer bestens informiert. Unsere freundlichen Sekretärin nehmen Ihren Anruf sehr gerne entgegen, notieren Name, Telefonnummer und alles Wichtige. Nach dem Anruf erhalten Sie sofort eine Push-Message über die CallOffice-App, E-Mail, SMS. So können Sie nämlich ganz in Ruhe Ihre Kunden weiterberaten. Testen Sie jetzt CallOffice sieben Tage lang kostenlos und unverbindlich, ganz ohne Risiko. Ganz einfach anmelden, einrichten und loslegen. Schönern Untertitelung des ZDF, 2020